Musik Da sind wir wieder Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung Corelpn 100 spielt Far Cry 3 Und ihr wisst was im letzten Paar passiert ist? Ich glaube wir sterben Zum wiederholten Male Wird auch dieses Mal uns wieder eine Fügung des Schicksals retten Und wir dürfen das Spiel weiterspielen Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Finden wir's raus Oh Gott Oh Gott Da sind Da ist schon einer Space Mansion Hört ihr meinen Space Knopf? Space Knopf Oh Gott Ich glaube wir haben's Wir haben uns einfach losgerissen Jason du musst da hoch Du musst da hoch Jason Ah wir sind oben Warum sich's was aber auch immer so schwer macht Und uns nicht einfach fett mitten zwischen die Augen schießen Nein immer solche Spielchen hier Fikukchen über Fikukchen Hallo Was ist denn hier los? Achso wir haben diesen komischen Stein Äh 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 Sehe ich das richtig dass es so nicht geht? Hallo Jason Oh Ähm Irgendwie ist mir grad ein bisschen Ich weiß grad nicht so recht Ist er? Steht er? Irgendwas zeigt sie doch an Was ist denn das? Wir sterben! Okay na das geht ja gleich gut los War es hat diesmal einen richtigen Job erledigt Das muss ich sagen Muss ich jetzt den Stein los machen oder? Nee Hä? Alter du musst auftauchen Oh Jason ist so ne Lusche ey Erzähl's keinem Jason Auftauchen Oh Jetzt geht's ja gleich los hier Jason du musst hier hochpowern Na geht doch Was war das denn? Schluss mit Lust wie du Arschloch Ich hab wieder someone's key gefunden Mit dir da hinten ist auch gleich Feierabend Wenn ich dich hier wische Junge Ja geschutet wirst du nicht Aber ich mach gleich was anderes mit dir Zack Messerwurf Feierabend Oh wer die Oh jetzt gibt's bittere Rache Oh Wir sind jetzt Rage Jason Das ist unsere Super Saiyajin Form Tag enemies from vantage points Auch unsere Kamera haben sie nicht abgenommen Die hat auch den Sturz ins Wasser überlebt Mehr ist hier nicht Oh ein Schnipper schon wieder Reach the Chopper Okay der Sniper scheint uns anzuspitzen Das ist jetzt nicht so mein Fall Wir sollten wieder erst die Alarmanlage reachen Und ausschalten Oh der Schnipper guckt der jetzt in andere Richtungen Ach ich trau dem Schnipper nicht Genau ich trau mich nicht gehen Ich trau mich nicht Oh Jason du musst rennen Du musst rennen Du musst rennen Du musst rennen Ach Löcher und eure Gebäude Tja so hab ich natürlich Einen kleinen Vorteil Jetzt Kinder Oh Headshot Oh shit Wir haben aber sehr begrenzte Munition So wird dat nix So wird dat nix Kinder da seh ich schwarz Und Fire mit Munition Was bin ich? World of Pain Tot Tot Kaputt Alter Ladehemmung Alter Fuck man Okay Jetzt ist Feierabend Kinder Jetzt hab ich ne Waffe Oh ich war schon wieder so konzentriert Und hab nichts gesagt Du hast uns auch nicht Sinn entgegenzusetzen Okay der Alarm kommt Wo bist du denn? Der Trottel Wo bist du denn? Der wirst du nicht verhindern Du Arsch Weil du auch Weil du auch Sau Schlecht bist Guck mal Okay los geht's Jetzt müssen wir hier mal dringend aufräumen Okay Chopper Wir müssen hier beim Chopper sein gleich Oh oh Das wird knapp Oh oh Das wird knapp Oh oh Das wird knapp Oh 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 Alter wie viele Schnipper hatten Ihr Schilder Boah Alter Hiel dich Jason Sonst haben wir gleich nie mehr zu lachen Nein Das ist nicht euer Ernst Alter 2 Minuten 40 Sekunden Der Typ muss sterben Nicht der Hubschrauber Der Typ Core LP100 Bezielst halt wieder Echt Oh Er hat seine Hälfte verloren Jetzt ist es soweit Alter what Geht doch Dude Okay Ab zum Chopper Das war ja nochmal knapp Jason du kannst bestimmt Achso Okay Ich hab gedacht Der kann jetzt spontan Humschrauber fliegen Das wäre natürlich auch geil Jason du musst dir jetzt was richten Was ist da los Nein Natürlich Jason du hättest die Rakete im Flug abschießen müssen Das haben dir so viele Spiele in der Vergangenheit vorgemacht Was sag ich denn dazu jetzt Hm Das war eine grandiose Flucht Und jetzt Ich hab schon gedacht unsere Hände sind verkrüppelt Hallo 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 Seid ihr noch da Gut Denn wir spielen weiter Park Ride 3 Los Jason Raus Das Ding fliegt sicher gleich in die Luft Das ist immer so Was hast du da Jason Ein Pfeil Äh Jason du musst dich bewegen Oh Hallo Wir wollten das alles nicht Tun uns leid Ist es dir zu weit Wirst du uns jetzt erschießen Eine Nabe am Kopf Oh Wie kommen wir da wieder raus Gamefuck Run Girl Insanity Jungle Girlfriend Lost Die Loading Home Game Loading Friends Saving Oh you can't help that Said the kid We're all mad here I'm mad You're mad How do you know I'm mad Said Alice You must be Said the kid Or you wouldn't Have come here Das ist toll Diese Referenzen zu Alice im Wunderland Die passen auch noch wie Faust auf Wie Arsch auf Eimer Wie Senf zu trockenem Kuchen Ist das eine Torte? Oh mein Gott Oh mein Gott Ein Haufen Toter Ein Fuß mit einem Latschen Eine Hand Oh Gott Das ist richtig gut makaber, Kinder Mach den, komm weg Sehe es nicht Oh Gott Wo sind wir? Ah, Leertaste, 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 Leertaste Reach the Chopper Ach, das haben wir geschafft Na schön War halt mehr oder weniger erfolglos Gut Ja Im wahrsten Sinne des Wortes Oh mein Gott Ja Oh, haben wir jetzt den Ruf Dass wir übelst krass Von den Toten auferstanden sind Dennis Dennis Wie ist das möglich? Ja Ja Ich bin halt so krass Ich bin Coalperin 100 Und Batman ist mein Freund Ich hab dein Feuerzeug noch hier Das war aber sau zweideutig jetzt, Jason Das ist ne Frau Oh, da musst du deine Worte etwas sorgfältiger wählen Get out of the mass Grave Okay Retrieve Equipment Oh Gott Oh, das riecht nach Richtig krasser Stealth Action jetzt Ist hier was drin in der Hütte? Ne Doch, hier ist was Was ist das? Jesus Will ich von hier kommen? Oh, oh, oh Okay Du bist dran Du stirbst mit dem Messer Sack Feierabend Ich brauch noch ne Waffe Da wär echt schnieke Habt ihr keine Waffen? Ihr lauft mit dem Messer rum? Gott Gehst du auf Noch ne Mine Takedown Soll ich da auch noch ein Takedown hier vorne? Weil du sitzt da so rum Warum hat's mir den Takedown eingeblendet Und dann plötzlich nicht mehr? Wir sind nicht da Ihr habt uns nie gesehen 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 Oh Gott Und das wieder zum Ende des Parts Es musste ja so kommen Ey, wir haben bloß scheiß Minen in der Hand, Mann Was ist denn das? Wo seid denn ihr, ihr Kacker, ey? Oh, na, das war ja Das war ja völlig klar Was, wo die? Ah, vielleicht ist hier ne Waffe drin Okay, na, der Part ist gleich zu Ende Da müssen wir noch richten What? Habt ihr noch mehr? Habt ihr noch mehr, Hunde? Nein, 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 nein Hunde sind kein Problem mehr Hunde werden am besten mit Messern erledigt Alter, wie sollen wir mit denen los wären? Ja, das ist allerdings alles, was ich gott. Ist hier was drin? Hier ist unser Zeug drin. Oh, ich habe eine Methode gefunden. So, jetzt sind wir drin. Den haben wir ausgetrickst, Kinder. Hier sind unsere Waffen. Hoffe ich. Und noch ein Geld. Oh Gott, der kriegt uns. Wir brauchen unsere Waffen. Interact. So, lieber Freund. Jetzt hast du abgeschmatzt. Du bist so dermaßen im Gesicht jetzt. Oh, oh. Okay, das war verkackt. So, liebe Kinder. Das nenne ich doch mal gelungen. Genau so. Oh, Jason. Jason, du bist krass. Kinder, das war doch ganz schön. Das war doch ein schöner Abschluss für den Part. Ich glaube, wir machen hier kurz einen Break. Aber es geht gleich weiter. Ich sehe da schon einen Radio Tower, der uns gehört. Und wie wir es so sehen, will uns das Spiel wohl sagen, als nächstes ist was dran. Also ist als nächstes war's dran. Seid dabei. Call-R-P-100 Spiel für euch. Ich bin Zugen. Das ist saukomfortabel. Ich hoffe, ihr wollt das nicht verpassen. Das hoffe ich für euch. Das ist saugesund für die Psyche und so. Ich könnte euch das näher erklären. Weil das ist nämlich auch... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020